Ist mit dem Ende alles klar? Nicht bei Hollywood-Blockbustern. Die Credits laufen, aber man weiß, es gibt mit Sicherheit eine Fortsetzung. Bei dem zweiten Kommen Jesu, wie es die Bibel schildert, ist es übrigens ganz ähnlich. Die Bösen sind tot, die Guten bei Gott, Happy End. Warum fällt der Vorhang noch nicht? Weil Gott möchte, dass nie wieder Zweifel an seiner Gerechtigkeit und Liebe aufkommen. Es ist so, Gott respektiert unseren Willen, selbst wenn wir uns entscheiden, ihn zu leugnen oder zu hassen. Er hat den ersten Menschen sogar eine Wahlkabine hingestellt, in der sie die Abhängigkeit von ihm aufkündigen konnten, was sie auch taten. Allerdings ist, so sagt die Bibel, Leben ohne Gott unmöglich. Also ist die Entscheidung gegen Gott eine Entscheidung gegen das Leben. Deshalb auch seine Warnung. An dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sterben. Keine Strafe, eine natürliche Konsequenz. Dass es überhaupt noch Menschen gibt, liegt daran, dass Gott die Freiheit so wichtig ist. Und die ersten Menschen haben keine freie, bewusste Entscheidung gegen Gott getroffen. Sie wurden verführt und belogen. Deshalb bekommen alle die Möglichkeit, Stellung zu beziehen und durch Worte oder Taten zu sagen, Nein, man hat mich ausgetrickst. Ich wollte nie weg von Gott. Oder Ja, richtig so. Ich brauche Gott nicht. Das ist die Herausforderung unseres Lebens. Aber die Reaktion des Einzelnen ist nicht immer offensichtlich. Deshalb kommt nach dem Ende noch etwas. Gott erklärt seine Gerichtsentscheidung, die offenkundig macht, wer sich wie entschieden hat. Und das nicht nur für die, die auf seiner Seite sind. Nach 1000 Jahren werden alle anderen auferstehen. Auch für sie macht Gott das Urteil nachvollziehbar. Das ist der bittere Teil. Denn Gott liebt jeden Menschen wie eine Mutter ihr Kind. Aber er lässt auch jedem die Freiheit, der nicht mit und aus ihm leben will. Und so werden diese Menschen zum zweiten Mal sterben. Diesmal für immer. Dann ist wirklich das Ende der Weltgeschichte gekommen und der Anfang der Ewigkeit.